Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist in vollem Gange. Insgesamt 64 Spiele mit dem Highlight des WM-Finals im Luschniki-Stadion von Moskau am 5.10. Juli warten auf die Fußball-Fans aus aller Welt. Die Turnier-Favoriten haben ihre ersten Spiele bestritten, Deutschland unterlief beim 0-1 gegen Mexiko ein schlimmer Fehlstart. Die Titelverteidigung liegt in weiter Ferne. Gegen Schweden am Samstag droht sogar das Vorrunden aus. Und in einem möglichen Achtelfinale könnte es schon zum Duell mit Brasilien kommen. Download, der WM-Spielplan als PDF zum Herunterladen Sport1 bietet als Service den kompletten WM-Spielplan als kostenloses PDF zum Herunterlanden und Ausdrucken. So verpassen sie mit Sicherheit kein Spiel ihres Lieblingsteams. Hier gibt es den WM-Spielplan als PDF zum Download. Hier alle Begegnungen der Vorrunde im Überblick. Donnerstag, 14. Juni Russland, Saudi-Arabien Gruppe A 5 zu 0, zum Spielbericht Freitag 15. Juni Ägypten, Uruguay A 0 zu 1, zum Spielbericht Marokko, Iran 0 zu 1 B, zum Spielbericht Portugal, Spanien 3 zu 3 B, zum Spielbericht Samstag, 16. Juni Frankreich, Australien 2 zu 1 C, zum Spielbericht Argentinien, Island 1 zu 1 D, zum Spielbericht Peru, Dänemark 0 zu 1 C, zum Spielbericht Kroatien, Nigeria 2 zu 0 D, zum Spielbericht Sonntag 17. Costa Rica, Serbien 0 zu 1 E, zum Spielbericht Deutschland, Mexiko 0 zu 1 F, zum Spielbericht Brasilien, Schweiz 1 zu 1 E, zum Spielbericht Montag 18. Juni Schweden, Südkorea 1 zu 0 F, zum Spielbericht Belgien, Panama 3 zu 0 G, zum Spielbericht Tunesien, England 20.00 G, zum Spielbericht Dienstag 19. Juni Kolumbien, Japan 14.00 H, zum Live-Dicker Polen, Senegal 17.00 H, zum Live-Dicker Russland, Ägypten 20.00 A, zum Live-Dicker Mittwoch 20. Juni Portugal, Marokko 14.00 B, zum Live-Dicker Uruguay, Saudi-Arabien 17.00 A, zum Live-Dicker Iran, Spanien 20.00 B, zum Live-Dicker Donnerstag 21. Juni Dänemark, Australien 14.00 C, zum Live-Dicker Frankreich, Peru 17.00 C, zum Live-Dicker Argentinien, Kroatien 20.00 D, zum Live-Dicker Freitag 22. Juni Brasilien, Kostarika 14.00 E, zum Live-Dicker Nigeria, Island 17.00 D, zum Live-Dicker Serbien, Schweiz 20.00 E, zum Live-Dicker Samstag 23. Juni Belgien, Tunesien 14.00 G, zum Live-Dicker, Süd-Korea, Mexiko 17.00 F, zum Live-Dicker Deutschland, Schweden 20.00 F, zum Live-Dicker Sonntag 24. Juni England, Panama 14.00 G, zum Live-Dicker Japan, Senegal 17.00 H, zum Live-Dicker Polen, Kolumbien 20.00 H, zum Live-Dicker Montag 25. Juni Uruguay, Russland 16.00 A, zum Live-Dicker Saudi-Arabien, Ägypten 16.00 A, zum Live-Dicker Iran, Portugal 20.00 B, zum Live-Dicker Spanien Marokko 20.00 B, zum Live-Dicker Dienstag 26. Juni Dänemark Frankreich 16.00 C, zum Live-Dicker Australien, Peru 16.00 C, zum Live-Dicker Nigeria, Argentinien 20.00 D, zum Live-Dicker Island, Kroatien 20.00 D, zum Live-Dicker Mittwoch 27.00 Juni Südkorea Deutschland 16.00 F, zum Live-Dicker Mexiko Schweden 16.00 F, zum Live-Dicker Serbien Brasilien 20.00 E, zum Live-Dicker Schweiz Costa Rica 20.00 E, zum Live-Dicker Donnerstag 28. Juni Punkt. Japan, Polen 16.00 H, zum Live-Dicker Senegal, Kolumbien 16.00 H, zum Live-Dicker England, Belgien 20.00 G, zum Live-Dicker Panama, Tunisien 20.00 G, zum Live-Dicker 8.00